Was ihr aus dem neuen Bad Santa Stockpaket macht, ist natürlich eure Sache. Aber ich möchte euch so ein paar kleine Tipps und Tricks geben, was man damit alles erreichen oder machen kann. Es gibt kompliziertere Tuschen, natürlich aber auch sehr leichte. Die, die ich euch jetzt hier ganz kurz mal zeige, ist eure Freistellung und ein Einbau in komplett andere Welten. Also etwas ein bisschen Komplizierteres. Ich möchte ganz kurz meinen Ebenenstapel hier durchgehen, um euch zu zeigen, wie man von diesem Bild zu so einem Bild kommt. Was dann da drinnen vorkommt, worin ihr euren Santa dann einbaut, welche Spiegelung in den Gläsern drinnen ist oder ob auch keine drinnen ist, das bleibt natürlich komplett euch überlassen. Mein Job ist es nur, zu zeigen, was ich so gemacht habe. Ich habe mir eines der Bilder aus dem Stockpaket rausgenommen, habe diese Ebene dann dupliziert. Und schon in den Brillengläsern ist zu erkennen, dass hier ein wenig die Reflexion meinerseits rausgenommen wurde. Der Fotograf, der ist hier noch ein bisschen sichtbar. Das Problem hat man eigentlich generell, wenn man solche Bilder mit spiegelnden Objekten fotografiert, dass es schlichtweg sein kann, dass in selbiger Sicht dann auch der Fotograf und das ganze Studio spiegelt. Man muss dabei nur aufpassen, das ist der Nasenrücken von unserem neuen Typ. Und diese Finger und auch diese Kappe hier, das gehört alles noch zu seiner Hand. Die Spiegelung, die soll mal nicht rausretuschiert werden. Dann brauche ich einen Freisteller. Ich möchte den ganzen Kollegen hier freistellen. Wir haben sie so fotografiert, dass sie sehr simpel zum Freistellen sind. Ich kann das hier mal mit einem Beispiel zeigen. Ich dupliziere mir diese Ebene, mache sie für euch mal grün, damit ihr seht, auf welcher wir arbeiten. Die wird später wieder rausgelöscht, weil ich sie hier oben schon einmal drinnen habe. Probieren wir es doch einfach mit der Motivauswahl. Die geht in der Regel besser, hat schon besser geklappt. Wir wechseln auf ein anderes Werkzeug, auf das Schnellauswahlwerkzeug und fahren hier mit dem Plus nochmal über die Bereiche drüber, die nicht sauber ausgewählt wurden. Kurze Kontrolle. Ja, soweit eigentlich gar nicht schlecht. Nun könnte man auf das Auswahl und Maskieren Werkzeug klicken, das aber in der Regel nicht so wirklich die perfekten Einstellungen erzielt. Deswegen gehe ich auf Auswahl, halte die Shift-Taste gedrückt und gehe auf Auswahl und Maskieren. Komme in das alte Tool hier rein. Habe hier auch den Hintergrund mal als Übergang genutzt. So, und jetzt kann ich eben hier mit meiner Pinselspitze die Bereiche des Fells, die nicht so sauber freigestellt wurden, hier nochmal überarbeiten. Optimal, jetzt wird das Ganze auf Neuebene mit Ebenenmaske erstellen, geklickt, OK gestellt. Und nun haben wir unseren Freisteller vom SunTab. So habe ich das gemacht. Dann lösche ich das wieder raus, brauchen wir nicht mehr, denn das Ganze sieht bei mir so aus. Das ist mein Freisteller. Darunterliegend habe ich einmal ein Weihnachtsbild von Adobe Stock genommen, das so ein bisschen ein Wohnzimmer zeigt. Sieht ganz gut aus. Ich habe darauf geachtet, dass links das Bild ein bisschen heller ist, weil unser SunTab auch von der linken Seite mehr ausgeleuchtet wird. Nun brauche ich eine Abdunklung und das erziele ich, indem ich hier oben eine Farbton-Sättigung aktiviere. Das ist diese Ebene hier. Und ich habe der Farbton-Sättigung schlichtweg die Sättigung ein bisschen rausgenommen, aber auch die Helligkeit. Und das Ganze mit einer Schnittmaske versehen, dass diese Einstellungsebene eben nur auf unseren Hintergrund agiert. Falls euer Hintergrund nicht unscharf ist, was er aber sein sollte, aktiviert den Hintergrund, geht auf Filter, Weichzeichnungsfilter und hier nehmt ihr die Boxweichzeichnung und die Boxweichzeichnung erzielt ein äußerst gutes Unschärfeergebnis. Da müsst ihr einfach schauen, welche Einstellung für euch am idealsten ist. Ich habe es ein bisschen weiß gezeichnet. Mein SunTab hat jetzt einen Hintergrund, der rechts ein bisschen dunkler ist, links ein bisschen heller, aber diese Kante hier, die säuft ein klein wenig ab. Deswegen kann man ganz, ganz gute Sachen erzielen, indem man Streiflichter neu einbaut oder ein bisschen verstärkt. Ich habe dazu eine Einstellungsebene Belichtung hier genommen. Die sieht bei mir so aus und hat dieses Ergebnis hier erzielt. Schauen wir mal ganz kurz rein. Ich habe hier die Belichtung rechts ein wenig nach oben gezogen, die Maske invertiert mit Command-I und meine Maske sieht so aus. Da das Ganze mit einer Schnittmaske versehen ist, liegt der Schein nicht überall über dem Bild, sondern eben nur auf unserem SunTab und hat das Ergebnis, dass hier der Bereich wieder ein bisschen heller geworden ist. Dann habe ich mich ein bisschen damit gespielt, wie man mit den Farben hier umgeht. Der SunTab hat eher ein bläuliches Weiß, der Hintergrund eher ein gelbliches Weiß. Deswegen eine selektive Farbkorrektur, diesmal ohne Schnittmaske. Die wurde hier in den Grautönen verändert. Gehen wir mal in die Grautöne rein. Man erkennt Züren ein bisschen nach links, gelb ein bisschen nach rechts und dann bekomme ich so einen wohlig warmen Wohnzimmereffekt. Nun braucht der Santa noch ein paar Dinge, die man fotografisch schlecht einfangen kann. Wie zum Beispiel das Glühen einer Zigarre. Für diesen Effekt habe ich mir eine Zigarre einfach fotografiert, die brennt mit einer Langzeitbelichtung und hier schlichtweg mit einer leichten Maske darüber gesetzt. Zack, auf einmal brennt diese Glut hier. Auf einmal ist sie heiß und lodert. Optimal, was braucht man sonst noch? Das habe ich ein bisschen im Ebenenstapel irritierend angelegt. Das ist nämlich unser Rauch. Auch eine Rauchpinselspitze wurde hier auf einer leeren Ebene angewandt. Die Rauchpinselspitzen findet ihr bei mir auch im Shop. Die nennen sich die besten Rauchpinselspitzen von Schweighofer. Okidoki, weiter geht's. Wir werden uns jetzt langsam hier an die Spiegelung der Brille wagen. Man sieht die Softbox noch. Die ist im Prinzip das hier oben. Das ist etwas, das mir nicht so gut gefällt. Aus dem Grund erstellen wir eine leere Ebene, nehmen einen schwarzen Pinsel, halten die Alt-Taste gerückt und holen uns hier einen Farbton aus der Brille, die im Prinzip noch so dunkel ist, ungefähr diesen Farbton hier. Und jetzt malen wir diesen Bereich hier aus. Ist von Bild zu Bild hier im Stockfotopaket unterschiedlich. Manchmal sieht man noch so ein bisschen das Gesicht durch. Da würde ich nicht drüber malen. Es sieht schlichtweg irgendwie komisch aus, wenn man die ganze Brille schwarz macht. Das passt nicht so. Genau das gleiche ist jetzt aber auch mit der Spiegelung. Wenn wir eine Spiegelung einbauen wollen, müssen wir so ein bisschen tricksen, dass das auch wirklich gut aussieht. Ich habe dazu ein sexy Santa-Bild bei Adobe Stock erworben. Das ist so eine hübsche Lady, die so ein bisschen Santa-mäßig hier auf einem Sessel thront. Und ich habe das Bild schlichtweg so reingedreht und ein bisschen verzerrt, dass es leicht gewölbt wirkt. Das erzielt ihr mit Command oder Steuerung T. Rechte Maustaste hier rein. Gehen wir auf Verformen. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel das Ganze, den Brillenschwung oder der Optik der Brille noch entlang hier so ein bisschen verändern, wie ich möchte. Das ist die Brille rechts. Und wenn wir uns die Maske ansehen, sieht man auch, die Brille links ist ein bisschen abgedunkelt worden. Also man sieht nur durch das Weiß der Maske, wenn die ein bisschen gräulicher ist, sieht man nicht mehr so gut durch. Hat den Effekt, dass man links nur noch ein bisschen von dem Baum sieht, rechts aber die Lady ziemlich gut. Dann habe ich die Lady einfach genommen, nach links geschoben und abermals genau das Gleiche gemacht, denn jedes Brillenglas ist separat voneinander getrennt und hat damit auch den Effekt, dass man eine Spiegelung möglicherweise zweimal sieht. Das kann natürlich jetzt hier noch angepasst werden und gesagt werden, okay, die Dame wird hier wahrscheinlich nicht so sein, sondern so. Man muss sich hier ein bisschen rumspielen, auch immer wieder rauszoomen und schauen, sieht es echt aus, sieht es nicht aus, habe ich irgendwas physikalisch falsch gemacht. Das ist eure Entscheidung, wie ihr es einbaut. Ich finde so eigentlich ziemlich passend. Ein genereller Farblook kommt eigentlich schon recht am Schluss dieses Bildes jetzt hier noch zur Geltung. Nochmals eine selektive Farbkorrektur, die mischt mir jetzt alle Composing Elemente zusammen. Wir haben immerhin die Dame drinnen, wir haben den Hintergrund, wir haben den Santa und den Rauch, sowie auch die Zigarre, also fünf Elemente zu einem zusammengemischt, ergibt dann in einem Farblook so ein Ergebnis. Ich habe die Grautöne ein wenig verändert, aber vor allem auch die Schwarztöne. Die Schwarztöne hier, gelben minus 14, magenta minus 3, zürben minus 2, das mischt mir alle Schwarztöne zu einem einheitlichen Farbton zusammen und bereitet somit das Bild perfekt vor für den finalen Endlook, den ihr hier als Ebene 4 seht. Der sieht jetzt hier ein bisschen kompliziert aus, aber ich erkläre es ganz gerne. Ich habe, wenn dieser Herr jetzt nicht vorhanden wäre, Command-Alt-Shift-E oder Steuerung-Alt-Shift-E, wenn ihr Windows nutzt, gedrückt, mit der rechten Maustaste hier in den Graubereich geklickt, ins Mato-Back konvertieren. Denn jetzt habe ich eine flexible Ebene, die ich ständig wieder nutzen kann und vor allem kann ich darunter jedes Mal noch ein bisschen was verändern. Nun wechseln wir auf den Filter in den Camera Raw Filter rein und können jetzt unser Bild mit dem Camera Rook und dessen Möglichkeiten an Filtervorgaben hier noch verändern. Ich lösche das jetzt hier nochmal, um euch zu zeigen, was ich denn wirklich bei diesem Bild gemacht habe. Mein Ergebnis, okay, die Dame habe ich vorher ein bisschen verändert. Sieht so aus, Doppelklick hier auf das Camera Raw, dann zeige ich euch, wie es drinnen aussieht. Die Grundeinstellungen wurden ein bisschen verändert. Ein bisschen die Lichter runter, ein bisschen die Weißwerte runter, damit man noch mehr Zeichnung hier in den weißen und hellen Stellen sieht. Die Schwarzwerte wurden erhöht, damit ich ein bisschen mehr Zeichnung auch in den dunklen Bereichen bekomme. Und vor allem habe ich Struktur und Klarheit hier nach oben gezogen, denn unser Santa verträgt diese Filter. Die machen das Ganze ein bisschen knackiger, ein bisschen schärfer, strukturierter. Wirkt einfach besser. Wenn wir etwas runtergehen, sehen wir hier jetzt noch das Color Grading. Ein sehr interessanter Bereich hier im Raw Converter, der euch auch so wie die selektive Farbkorrektur im Vorhinein erlaubt, Mitteltöne, Tiefen und Lichter farblich anzupassen. Da kann man sich ganz gerne rumspielen. Ich habe mich heute mal für einen relativ warmen, rötlichen Look entschieden. Es soll schlichtweg gemütlich aussehen. Und das habe ich mit diesen Einstellungen hier erreicht, indem ich die Tiefen ein bisschen ins rötliche, die Lichter ein bisschen sorangelische und die Mitteltöne leicht ins grünliche gezogen habe. Der letzte Effekt ist auch bei den Effekten hier drinnen etwas Körnung hinzugefügt, dass das hintere Bild mit dem vorderen Bild im ISO-Wert gleich rauscht und dass dem Betrachter das Gefühl gibt, das ist ein gesamtes Bild, das wurde genauso fotografiert. Auf OK geklickt und jetzt liegt es an euch. Ob ihr hier noch weitere Sachen einbauen wollt oder ihr sagt, hey, mein Santa, der hat jetzt bald mal ein paar nette Stunden und wird Geschenke auspacken. Im Vorhinein aber versprochen und nicht vergessen meinerseits, wir können den Filter des RAW-Filters nochmal ausmachen und hier unten etwas verändern. Zum Beispiel können wir die Damen hier ein bisschen anders hinsetzen. Unser Problem ist nur, wenn wir jetzt hier den Filter oben wieder einschalten, hüpfen die Damen nach oben, weil der Filter ja eine gesperrte Ebene ist. Aus dem Grund hatten wir aber vorher auch ein Smart-O-Bag daraus gemacht. Denn jetzt gehe ich eine Etage weiter runter unter den Smart-Filter, drücke Command-Alt-Shift-E, mache mir somit wieder eine Ebenensumme, wechsel hier mit rechter Maustaste in das Smart-O-Bag konvertieren, habe das jetzt als Smart-O-Bag und ziehe jetzt diese zwei Kreise und somit die gesamte Filter-Ebene nach unten und habe jetzt oben keinen Filter mehr drinnen, sondern nur noch auf der neuen gemachten Ebene und auch die ganzen Änderungen und Einstellungen, die ich darunter gewagt habe, die passen sich jetzt wieder ideal an. So könnt ihr flexibel mit Smart-O-Bag arbeiten und vor allem auch schon am Anfang ganz oben eine Ebenensumme machen, die in den Smart-O-Bag konvertieren, euren Look darauf legen und dann über diesen Filter weiterarbeiten und immer wieder zusammenrechnen, Smart-O-Bag und reinziehen. Und dann habt ihr von Anfang an schon einen coolen Look und werdet sehen, wie das Bild am Ende aussieht.